Bilder, bei denen man zweimal hinschauen muss, bis man sie versteht. Warum schwebt da einfach eine Mauer in der Loster der Übergang? Ich versteh's nicht. Wo greift die eine Person der anderen dahin? Nein, offensichtlich sieht es nur so aus, aber trotzdem. Sieht da einfach so eine Frau in der Tüte chillt. Auf ganz locker. Warum steckt die Katze gerade im Bildschirm fest? Die bakt da einfach gerade. Und irgendwie sieht das mit dem Schatten so aus, als wäre das so Miniatursache. Da fehlt schon wieder der Übergang. Das eine ist nicht das Kabel, sondern ein Dach, lol. Und das sieht irgendwie von oben so aus, als wären das so Minecraft-Chunks oder so. Was macht die mit der einen Hunter? Ich weiß es nicht, was soll das? Und warum sieht das gerade so aus, als würde die Katze die andere essen? Das Dach von dem Gebäude sieht einfach aus wie so ein Video-Playzeichen. Ich hab's auch erst nicht verstanden. Und bin ich der Einzige, der erst eine Katze sieht, anstatt ein Elektroauto? Und bei den Skiern dachte ich erst, dass das einfach Noten sind. Aber es sieht halt wirklich so aus, ne? Und diese Katze würde mich vernichten.